Wissen Sie, irgendwann kommt man in ein Alter, da muss Schluss sein mit den Dummheiten. Aha. Was für Dummheiten, wenn ich frag? Ich mein, mir geht's ja nichts an. Ich frag mir so Interesse halt an. Na ja, man ist ja nicht mehr 20. Na ja, freilich, nicht einmal mehr 30. Doch sich nämlich auch nicht mehr. Ja, genau. Oft ist man schon froh, wenn man noch nicht 50 ist. Wenn man so langsam auf die 60 zugeht, dann wird es Zeit, sich zu besinnen und in sich zu gehen. Aha. Und da sind Sie jetzt gerade dabei. Ja.